Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es mal wieder eine Programme-Ankündigung geben. Und zwar sind wir jetzt endlich mal beim MangaCult angekommen. Die hatten ja eigentlich als erstes angekündigt, aber bei denen warte ich jetzt immer, im Gegensatz zu den Anfangszeiten von MangaCult, auf die aktuellen Cover-Versionen dann. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Neun Titel kommen auf jeden Fall ab Oktober dazu und dazu sehen wir uns gleich wieder. MangaCult hat diesmal ein bisschen kleineres Programm. Was sie gesagt haben, liegt vor allen Dingen daran, dass sie jetzt nicht so viele Zusagen vom Lizenzgeber bekommen haben, wie sie das gerne haben wollten. Deswegen sind die Titel auch in eine bestimmte Richtung lizenziert worden. Es gibt so zwei, drei Schwerpunkte bei bestimmten Autoren oder Franchises. Und ja, auf jeden Fall kommt aber die Vielfalt dann wahrscheinlich im nächsten Programm wieder für diejenigen, die jetzt vielleicht nichts für sich gefunden haben. Auf jeden Fall starten wir erst mal im Oktober. Da kommt From the Red Fog von Mosayenohara, ein Drama-Horror-Schone-Manga, der ist in fünf Bänden abgeschlossen, zum Preis von 10 Euro. Natürlich MangaCult-Großformat. England, Ende des 19. Jahrhunderts. In den Kellergewölben eines stattlichen Herrenhauses wächst der junge Rwanda als Sohn einer berüchtigten Serienkillerin auf. Völlig abgeschottet von der Welt besteht seine einzige Aufgabe darin, die grotesk zugerichteten Leichen ihrer Opfer verschwinden zu lassen. Als seine Mutter schließlich selbst von ruchlosen Mördern zur Strecke gebracht wird, nutzt Rwanda die Gelegenheit zur Flucht. Im örtlichen Waisenhaus will er nun einen Neuanfang wagen. Doch der gewöhnliche Alltag ist so gar nicht nach Rwandas Geschmack. Und schon bald wird alles vom roten Nebelschleier des Todes umhüllt. Dann gibt's außerdem einen neuen Titel von Shuzo-Chimie, Happiness-Drama-Horror-Szena-Manga, in zehn Bänden abgeschlossen, hier in einer 2-in-1-Edition zum Preis von 15 Euro. Makoto Okosaki ist ein unauffälliger Oberschüler ohne Ambition. Von seinen Mitschülern schikaniert und als Verlierer gebrannt mag, ist für ihn jeder Tag ein Kampf. Als er jedoch eines Abends von einem geheimnisvollen Mädchen angegriffen wird, verändert sich Makotos eintöniges Leben mit einem Mal. Nicht nur entwickelt er außergewöhnliche körperliche Fähigkeiten, er besteht fortan selbst gegen die seine schlimmsten Peiniger. Und dennoch ist nicht alles Gold, was glänzt. Und Makotos neues Leben hält einige Schattenseiten für ihn bereit. Das Tageslicht ist auf einmal schrecklich grell. Was er auch ist, es schmeckt grauenvoll. Und dann ist da dieser Durst, dieser schreckliche, unwendige Durst nach Blut. Dann sind wir im November bei Die Chroniken des Königreichs. Der erste Titel hier von Asomiko Nakamura, der Autorin von Dokusei Sotsukusei, ist aber hier ein Drama-Fantasy-Sanemanga. Der läuft bisher in vier Bänden noch zum Preis von 12 Euro. Einst wurde im Palast eines florierenden Königreichs die Finsternis vom Licht getrennt. Kurz nach seiner Geburt wurde der erstgeborene Prinz Ardolte in ein kahles Turmzimmer gesperrt, während sein Zwillingsbruder Ardolte eine königliche Erziehung genoss. Viele Jahre sind ins Land gegangen. Eher Ardolte seinen Bruder erstmals gegenüber steht und von ihm in eine hinterhältige Falle gelockt wird. Doch das Band der Zwillinge ist stärker als jeder Verrat. Und das Schicksal hat große Pläne mit ihnen. Dann kommt außerdem zu A Man and His Cat ein Spin-off-Titel. Ich möchte nicht sagen, es ist ein Manga, es könnte auch mehr ein Comic sein. Fukumaru und das Sternenschiff des Glücks von Umi Sakurai ist ein Einzelband für 15 Euro. Hardcover-Band in westlicher Leserichtung deswegen. Der ältere Herr und sein rundlicher Kater Fukumaru haben sich sehr lieb. Und wenn sie nicht dieselbe Sprache sprechen, verstehen sie einander. Und jeder Tag ist für sie voller Glück. Als eines Nachts eine große Sternschnuppe am Himmel erscheint, wünscht sich Fukumaru, dass er und sein Herrchen für immer glücklich sein werden. Doch da passiert etwas Wundersames. Die Sternschnuppe wird größer und größer. Als Fukumaru ihr voller Begeisterung nachjagt, trifft er plötzlich zwei sonderbare Wesen, die ihn um etwas bitten. Hallo Flauschkugel, würdest du uns ein wenig Glück geben? Dann gibt's außerdem in dem Monat noch den Titel Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Flammen und Wasser von Koyoharu Gotouge Action-Adventure Shonen Einzelband für 10 Euro. Ist ein Demon Slayer Side-Story-Manga allerdings. Also es kommen dann auch noch Light-Novels, aber das ist jetzt ein Manga. Japan zur Zeit der Taisho-Ära. Gyo Tomioka, die Säule des Wassers, reist im Norden in ein Gebiet, in dem eine Gruppe Jäger qualvoll ums Leben gekommen ist. Dort treffen er und Shinobu die Säule der Insekten auf die Tochter eines getöteten Jägers. Das Mädchen glaubt fest daran, dass ihr Vater einem Bären zum Opfer fiel. Doch die Wahrheit ist weitaus grausamer. Der junge Demon Slayer Kyojuro Rengoku erhält einen neuen Auftrag. Er hofft, dass er mit der Erfüllung dieser Mission beweisen kann, dass er dem Titel der Säule der Flammen würdig ist. Ein Titel, den sein Vater vor langer Zeit aufgegeben hat. Doch Kyojuros Gegner ist einer der 12. Mondmonde und dieser Dämon hat noch eine Rechnung mit Kyojuros Vater offen. Dann kommt außerdem noch zum Schluss der zweite Titel von Azumiko Nakamura und zwar Sora und Hara, Dramme, die Boys auf Einzelband für 14 Euro. Der 37-jährige Manabu Hara treibt ziellos durchs Leben. Tagsüber unterrichtet er in einer jungen Schule Musik und seine Nächte verbringt er in den Clubs der Stadt. Als er eines Abends in einer schwulen Bar auf Sorano trifft, spürt er sofort eine schicksalhafte Verbindung zu dem jungen Mann. Doch ihr nächstes Treffen verläuft weniger glücklich, denn Sorano entpuppt sich ausgerechnet als ein neuer Schüler an Haras Schule. Dann haben wir außerdem im Dezember zu Demon Slayer Kimetsu no Jaiba ein Artbook im Laufe der Jahre gesammelte Illustrationen von Koyoharu Gotoge für 30 Euro normalerweise. Es gibt eine Limited Edition für 66 Euro und 66 Cent, die auf 6.666 Exemplare limitiert ist, und zwar mit einer Box und zwei Acrylaufstellern, ist ein A4 Hardcover mit 160 Seiten. Dann gibt es außerdem im Januar von Demon Slayer noch eine Light Novel, wie gesagt, auch hier Demon Slayer Kimetsu no Jaiba, Der Wind weist den Weg von Koyoharu Gotoge und Einzelband für 14 Euro ist die dritte Light Novel aus dem Demon Slayer Universum mit fünf Kurzgeschichten zwischen den Bänden 17 und 23. Also hier dann erst was, wenn man den Manga schon komplett gelesen hat wahrscheinlich. Der junge Sanemi Shinasugawa wird dank seiner Begegnung mit Masachika Komino eine benutzende Windatmung in die Demon Slayer Truppe eingeführt. Beide sind fest entschlossen, Säulen zu werten und sämtliche Dämonen in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Doch als sie eines Tages auf eine besondere Mission entsandt werden und bald darauf den zunehmenden Dämonenmond Kokushibo treffen, schlägt das Schicksal gnadenlos zu. Und dann haben wir außerdem den letzten Titel mehr oder weniger im Januar, der auch wieder ein Titel von Asomiko Nakamura ist, und zwar Dososei, was danach geschah, und rame die Boys Love zwei Bände zum Preis von 12 Euro. Nach ihrem Schulabschluss sind die früheren Klassenkameraden Rihito und Hikaru eine Fernbeziehung eingegangen. Während Rihito zum Studium nach Kyoto gezogen ist, hat Hikaru in Tokio sein Leben als Musiker begonnen. Doch kann Liebe wirklich alles überwinden? Neben Rihito und Hikaru treten in dieser Kurzreihe zudem einige weitere Paare sowie die unterschiedlichen Aspekte der Beziehung in den Fokus. Dabei stellen sich oft die Fragen wie, wie stehen wir eigentlich zueinander und wie sieht unsere Zukunft aus? Im Februar gibt es dann nämlich keinen neuen Titel und im März gibt es eigentlich besonders herausgehoben auch nur noch den Dämon Slayer Schuber mit Band 23. Der wird dann 20 Euro kosten inklusive Shikishi. Und dann war es das nämlich eigentlich jetzt schon mit dem Programm von Manga Kalt. Wie gesagt, es sind nämlich zwei Schwerpunkte. Zum einen bei Sachen, Lizenzen rund um Demon Slayer und bei Lizenzen von Asomiku Nakamura. Jetzt, wie gesagt, Manga Kalt hätte, glaube ich, gerne mehr verschiedene Titel angekündigt. Die Zusagen sind aber leider noch nicht alle da. Ihr könnt mir aber gerne mal in den Kommentar schreiben, ob in dem Programm trotzdem was für euch dabei war, was ihr euch holen werdet. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder euer Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.